Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu diesem Bewerbungsvideo für WWE Supercard. Ja ihr seht schon, wir haben nur noch 3 Mitglieder von 10, es sind leider ein paar weggegangen. Und daher mache ich jetzt dieses Video, um euch zu finden. Ja, was müsst ihr sein? Ihr müsst unbedingt mindestens verstärkt sein, wenn ihr schon Elite seid, wäre es natürlich besser. Wir sind auf verstärkt plus plus bis jetzt, das kann ich euch zeigen hier. Und genau, ihr müsstet mindestens verstärkt sein, wenn es geht auch Elite, wäre cool. Und bei Wing Domination holen wir eigentlich immer 2 Karten, also in diesem Fall wäre es verstärkt und Summerslam. Wenn wir jetzt Elite wären, Elite und verstärkt. Und bei World2Glory, ja, so wie es halt ausschaut, besetzt die Verstärktkarte. Ähm, ja, also, über die Punkte kann man ja nochmal sprechen, die man machen muss. Aber auf jeden Fall 15 Teile bei Wing Domination und mindestens 300 Punkte bei World2Glory. Und es wäre cool, wenn ihr auch cachen würdet, weil dann wäre man ja eher fertig. Und ja, schreibt mir unten in die YouTube Kommentare und wir werden dann weiteres dann machen. Wäre cool, wenn ihr mitmachen wollt. Sieben Mitglieder stehen noch raus. Also, bewerbt euch und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns dann bald im Team. Also, Servus!